Wir sind auf den Orlandinseln. Wir haben heute keine Mühen gespart, um zu diesem Punkt zu radeln. Immerhin 15 Kilometer, um einfach mal hier übers Meer und über die Scheren zu schauen, weil wir liegen ja in Marieham relativ geschützt. Wir haben heute sechs Windstärken. Das sieht man an den Schaumkronen auf dem Wasser. Hinten kommt die nächste Front. Lauter Wolken. Momentan ist noch Himmelblau. Barometer steht aber ganz schlecht. Und für morgen haben sie Windstärke 9 vorausgesagt. Also ich denke, wir werden noch ein Weilchen hierbleiben, weil das ist uns dann doch etwas zu viel. Die Gegend hier ist natürlich ein Traum. Wir sind auf der Orlandinseln Segelinge und warten hier heute nochmal einen richtigen Sturm ab. Heute Nacht hat das geweht. Ui, ui, ui. Die Klampen, die haben schon geknackst. Habe ich gedacht, das reißt uns auch so gut. Jetzt haben wir uns verlegt, sodass wir jetzt den Wind von der Seite haben. Hinter so einem geschissenen Steg haben wir nicht mehr so viel Angriffsfläche. Jetzt haben wir gerade einen wunderschönen Inselspaziergang gemacht. Einfach mal querbeet und sind jetzt in dieser im Sommer Badebucht gelandet. Momentan ist hier mit Baden natürlich noch nichts anzufangen. Ich habe immer noch meine dicke Jacke an und wir hatten heute Morgen beim Aufwachen 9 Grad im Schiff. Wir haben jetzt einen Glückwunsch. Da sitzen zwei und machen Pause. Da sitzen zwei und machen. Da sitzen zwei und machen. Wir befinden uns zwischen den Orland-Inseln und es ist abends 9 Uhr. Ein Traum. Heute ist Freitag, der 5. Juni und wie man sieht flackert da oben bereits die finnische Fahne. Wir haben also die Orland-Inseln verlassen und sind jetzt auf dem Weg Richtung finnisches Festland. Natürlich immer noch Kurs Richtung Norden Richtung Haparanda und es kommt näher. Wir können segeln. Wir haben jetzt nicht super berauschend viel Wind, aber Windstärke 3, also 3 Uhr vor, reicht gerade aus, dass wir gemütlich vorwärts kommen. Das Meer ist noch relativ ruhig, was sich heute laut Wetterbericht auch nicht ändern soll. Und deswegen haben wir das ausgenutzt und sind bereits um 4 Uhr aufgestanden, um eine halbe Stunde später dann Lein loszuschmeißen. Mal eine andere Perspektive auf dem Bauch liegend, ganz vorne beim Bugsbret. Macht Spaß. Hier ist einmal ein sehr enges Fahrwasser. Hinten auf der Insel, also am Land, ein oranges Seezeichen. Das sind zwei Seezeichen, das heißt die müssen genau in Deckung gebracht werden, damit wir dann hier den Weg durchfinden. Es ist sehr, sehr eng. Wir haben hier nur die Kardinalszeichen, das heißt das rechts ist jetzt eine Nordtonne und links eine Südtonne und genau dazwischendurch. Das heißt das, das ist dieses so pathways, die kommt wirklich ganz zur Hinten auf молitungen thingsmal shitmen. So éste also steht ein Aktuell? Das ist darüber in Ordnung. Da bin ich wieder in der Nachboys. Oregon 7 cm oben. Zuis iPhone 9 vromm Horizont aeros PasWow ist geworden. So moved gleich zusammen mit Dadao, erhalten. WDR mediagroup GmbH 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 GB GmbH Die finnischen Scheren, einfach unglaublich schön. Die finnischen Scheren. Die finnischen Scheren.